so hallo und herzlich willkommen wieder bei kj games heute mit update news zu red dead redemption da kommt jetzt am 13 ein dlc das might and mavericks bonus pack also da werden neue multiplayer karten enthalten sein und auch neue multiplayer charakter die charakter sind teilweise auch schon aus der story bekannt und da wurden jetzt vor ein paar stunden ganz neu paar screenshots veröffentlicht und die seht ihr jetzt hier also bis demnächst und immer schön weiter zocken so 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 so